Wer ist Tree Lines? Kennst du die nicht? Wieso? Sollte ich? Das ist die berühmteste Gruppe zur Zeit. Hey, was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Ja. Das ist so. Es ist einer seiner großen Träume. Er bleibt ja nicht für immer weg. Seine letzte Arbeit war so gut, dass er ein Stipendium in Amerika bekommen hat. Ist er lange weg? Werden wir sie finden? Klar finden wir sie. Deswegen sind wir extra den weiten Weg hierher gekommen. Wir müssen sie ganz einfach finden. Wir müssen. Ja, genau. Und wir schaffen es auch. Los, jetzt ist es Zeit. Zu arbeiten. Es ist so weit. Bunny. Pass gut auf dich auf, Mamoru. Seht, ein neuer Stern wird geboren. Weiter, Healer, Maker. Nach einer langen Zeit der Ruhe tauchte das Chaos ganz plötzlich wieder in der Galaxie auf. Vertraut doch ganz einfach unserer Prinzessin. Ist das das Licht, das mein Schicksal ändert? Wenn sie glauben, auf unserem Planeten tun und lassen zu können, was sie wollen, dann irren sie sich aber ganz gewaltig. Das glaubst du, aber ich wüsste niemanden, der sich mir an den Weg stellen könnte. Ich ahne etwas, die Prinzessin. So ein abgelegener Planet. Ich hätte nie gedacht, dass hier so etwas geschehen könnte. So ein abgelegener Planet. Ich hätte nie gedacht, dass hier so etwas geschehen könnte. Da, der sich macht. Der sich. Der sich. Der После des Sagen. Wir gehen.